Da hängt er, der jüdische Faden, der Erruf. Oh, ich hoffe, der wird repariert, denn da rüber geht er. Aber hier geht er nicht mehr weiter. Und hier hängt er, zerbrochen. What's going on? Halleluja. Da sind wir unterwegs in Chelsea. What's going on right now? So, grüß euch hier, Sohli. Auf dem Weg in das wunderschöne Renaissance Hotel hier in Chelsea. Es war wieder another day in paradise. Und da schaut ihr in den Norden, der 6th Avenue. Das ist der Hammer. Da drüben gibt's Pizza für 1,50, 2 Slices und Erkennungszoda für 3,99. Und da sammelt jemand Flaschen und Dosen. Denn da sind 5 Cent Pfand drauf. Viele 5 Cent ist doch einiges an Geldgezeugt bei Italy. Abendessen gekauft. Und jetzt geht's ins Hotel. Hurra. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht und melde mich nachher nochmal. Bis dann. Selten Ciao, sagt der Olli. Wow. Das ist einmal ein Hotel hier. Renaissance Hotel. What's going on? Bis dann. Bis dann. Du bist dann hier. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.